Wie hat er gesprochen? Fränkisch. Er sprach dieses Moselfränkisch. Moselfränkisch, das klingt nicht wie Französisch? Nein, das klingt eher wie das Aachener Kölner, so diese Richtung, da in dieser Gegend. Ich selbst bin musikalisch völlig unbegabt, deswegen kann ich es Ihnen jetzt nicht vormachen, wie das klingt, aber die Öcher könnten Ihnen das wahrscheinlich vorführen, wie diese Sprache wahrscheinlich geklungen hat. Aber er ist wohl auch frühzeitig mit Latein konfrontiert worden. Ich denke, dass er schon als Königssohn Latein gelernt hat. Gebilder als die Stauffer. Die konnten nicht unbedingt, also Bauer Rossa konnte kein Latein. Es ist interessant, es gibt eine Untersuchung von einem Kollegen, der hat gezeigt, dass die Erstkönige einer neuen Königsdynastie in der Regel kein Latein konnten, aber die Söhne konnten es dann. Der Königssohn muss Latein können, damit er nicht ganz übers Ohr gehauen werden kann. Der Vater ist noch gleichsam mit Gewalt und Macht zum Thron gelangt, aber der Sohn muss auch jetzt mit den Bischöfen und den Klerus umgehen können und dafür muss man Latein können. Und so dürfte es bei Karl auch gewesen sein. Wir wissen auch, dass er Latein gelernt hat, gemeinsam mit seinem Vetter Adelhard von Corby. Der ist Ad von Corby. Und dieser Adelhard leitet das wohl wichtigste Bildungszentrum des Frankenreiches, eben das Kloster Corby, das viele antike Handschriften hatte und auch viele Innovationen auf den Weg gebracht hat. Etwa in Bezug auf die Schrift. Die ersten Spuren, der sogenannten Karolingischen Minuskel, das ist die Schrift, die wir heute noch schreiben, die führen in das Kloster Adelhards von Corby, beziehungsweise in das Arbeitjahr seines Vorgängers. Aber dann entstehen in Corby die ersten wunderbaren Handschriften, die so geschrieben sind. Auch die Buchmalerei hängt damit zusammen. Und Adelhard seinerseits ist wohl mathematisch begabt auch und hilft bei Karl bei der Erstellung des Kalenders, also Zeitbestimmung. Der Gründer auf allen Gebieten. Auf allen Gebieten, ja. Das ist ungeheuerlich bei Karl im Großen, dieses Interesse auf allen Gebieten. Das ist ja eine ganz ferne Zeit, ein ferner Spiegel eigentlich, nicht? Ja, es ist ein ferner Spiegel. Es gibt ein paar Städte aus der Antike natürlich, dort wo die Römer waren. Das sind aber Ruinen. Das sind, die Außenbezirke dieser Städte sind ruinös. Die Innenbezirke, also wir gehen davon aus, dass im früheren Mittelalter die Stadt Arl, die eine große, bedeutende Residenzstadt des Kaisers war, dass sie mehr oder weniger auf die Arena, die heute noch steht, geschrumpft war. So etwa kann man sich das vorstellen. Niem dürfte ähnlich gewesen sein, Trier auch. Also die Menschen sind weniger. Wir hatten im 6. Jahrhundert eine große Pest. Wie stark sie gewirkt hat, wissen wir nicht, weil wir keine Zahlen aus dem Westen haben. Wir wissen aus Konstantinopel, aus Marseille, dass sie in den Hafenstädten sehr gewütet hat. Aber wie weit das dann in die Landflächen eingedrungen ist, das wissen wir nicht. Deswegen können wir nicht sagen, wie. Aber der ganze Bereich von Völkerwanderung, Umschichtung, was da passiert ist, das hat einfach das Land zunächst mal entvölkert. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen, ich rechne immer so mit, kalkuliere immer so mit, der westliche Bereich Europas, 20 Millionen Menschen oder so. Also Spanien, Italien, Frankenreich, Britannien und so. Und die Straßen, die in der Antike da ja durchführen, die sind auch zum Teil verfallen. Die sind verfallen. Vor allem die Fernstraßen, weil das ist ja wie heute. Wenn Sie Straßen, Autobahnen unterhalten, ist es gut. Dann müssen Sie aber ganz regelmäßig in den Streckenwart einschätzen, der dann die Straßen abfährt und guckt, wo was zu machen ist und regelmäßig renovieren. Wenn Sie das nicht tun, sind Straßen spätestens nach zehn Jahren, fangen Sie an zu verfallen und dann geht der Untergrund kaputt. Und das ist bei den Römerstraßen der Fall. Sie können sie noch im Gelände manchmal beobachten, manchmal durch, wenn Sie Luftaufnahmen machen, durch Bodenverfärbung, sehen Sie, da ist was. Dann können Sie genau sehen, wie die Straße verlaufen ist, aber die Straße ist nicht mehr da. Wenn Sie so forschen, dann haben Sie auf der einen Seite Quellen, nicht so viele, nicht? Nicht so viele, nein, nein. Dann aber auch sozusagen Überlegungen, wenn, wie geht zum Beispiel ein Heereszug, nicht? Wie lange braucht der? Wie schnell gehen, sind Ochsen? Ja, ein Heer sind zwei Typen von Kriegern, Berittene und Fußtruppen. Die Berittene müssen mit Panzer und Schwert und Waffe und so weiter kommen und die Fußtruppen nur mit einer bestimmten leichteren Bewaffnung. Aber man kann nur so schnell ein Heer bewegen, wie die Fußtruppen sind. Und der ganze Tross, also was an schwererem Gerät kommt, an Waffen kommt, an Belagerungsgeld oder so etwas, Versorgung, wenn Sie, Sie müssen, es wird gesagt, für sechs Wochen oder sogar für drei Monate, je nachdem, müssen die Leute ihre Versorgung mit sich führen. Also dazu braucht man Wagen, Karren und die Karren ziehen Ochsen. Und wir wissen von dem Kriegszug, von dem ich vorhin sprach, 810 gegen die Dänen, da sind durch eine Maul- und Klaunseuche offenbar die Zugochsen ausgefallen. Die waren plötzlich alle tot. Und da wissen wir, dass tatsächlich der Kriegszug mit Ochsen geführt worden ist. Und nun können Sie mal sehen, wie schnell geht ein Ochse. Und mehr als 15 Kilometer pro Tag schafft der Schaffstun hier maximal 20, wenn Sie die Ochsen ganz arg anstacheln. Aber sonst, da kriegt sie mit Ochsengeschwindigkeit ins Land. Und dann haben Sie aber an den Küsten, haben Sie die schnellen Boote der Wikinger. Die sind besiegelt. Die haben Riemen, 20 Riemen, 30 Riemen. Die sind blitzschnell und flach. Die können die Flüsse hochfahren. Rauben schneller, als hier der Kaiser zu Hilfe kommen kann. Jedes fränkische Heer ist nicht in der Lage, irgendeines gegen diese Flotten anzugehen. Karl der Große befiehlt in seinen letzten Jahren, Flussfestungen einzurichten, dass man nicht durchkommt. Die Flüsse nicht hochkommt. Und will auch eine Flotte bauen. Aber ich weiß nur noch, nach diesem Sturz vom Pferd, den ich als epileptischen Anfall interpretiere, hat er noch einmal eine Reise gemacht. Die geht an die Küste, an die Nordseeküste, eine Kanalküste. Aber dann ist er nie wieder aus, jedenfalls nicht mehr weit aus Aachen weg, einmal noch zur Jagd und so. Das war ein Lieblingsvergnügen. Aber zu den Glanzzeiten reicht seine Macht bis Pannonien. Ja, Pannonien und Benevent, bis Benevent runter. Und einmal ein vergeblicher Versuch, die Pyrenäen zu überschreiten. Er überschreitet sie ja. Er hat sie überschritten. Das ist in meinen Augen, war das ein untauglicher Versuch. Er hatte eine Information bekommen aus Barcelona und den benachbarten Orten, Tarragona und Huesca. Und was da so liegt, dass da die muslimischen Stadthalter im Streit legen gegen den Emir in Cordoba. Und der eine oder andere hatte sich möglicherweise an Karl gewandt, kannst du uns nicht Hilfestellung leisten. Und da hat sich Karl auch darauf eingelassen, ohne ausreichende Aufklärung. Er kannte einfach nicht die Gewohnheiten dieser Muslime und was für die Wahrheit ist und wie die mit Fremdgläubigen, also Heiden umgehen. Das hatte er keine Ahnung. Und dann kam er da und die Stadthore waren verschlossen. Er kam an, die Stadthore waren verschlossen. Er kriegt noch ein paar Geißeln, kann er nehmen und muss abziehen. Und um nicht ganz ohne Erfolg nach Hause zu kommen. Er muss ja seine Truppen finanzieren, das geht über Plünderung. Also muss er irgendwas überfallen. Also überfällt er die Stadt Pamplona. Die waren natürlich darauf nicht eingestellt. Die war christlich. Ja, die war christlich. Das sind Basken. Und die waren Christen und hatten nicht erwartet, dass der König sie überfallen wird. Und haben sich dann gerecht. Und das führte dann zu jenem bekannten Niederlage der Nachhut im Tal von Roncevaux. Oder am Pass von Roncevaux. Und das war eine Blamage einfach. Das war keine große Niederlage, aber eine Blamage. Aber Roland, den hat es gegeben. Der war ein Pfalzgraf oder irgendwas. Es gibt den Pfalzgraf der Bretonischen Mark, Ruotland. Und in einer der Handschriften der Karls Vita Einharz findet man drei Namen von den drei militärischen Führern, die in dieser Schlacht ums Leben gekommen sind. Und da ist eingefügt in einer Handschrift auch Ruotland. Und das Roland-Lied selbst ist ja erst im 11. Jahrhundert, fängt es an bezeugt zu werden, um 1100 haben wir die erste französische Version. Davor sind ein paar spanische Brocken oder katalanische Brocken. Und das Interessante ist, wenn man sich die Motivgeschichte des Liedes anschaut, dann sieht man, wie hier Zug um Zug historische Ereignisse in dieses Lied hineingedrängt haben. Und das ist nicht alles Roland und das ist nicht alles Roncevaux. Aber die Grundtendenz, dass der Souverän herrscht, weil er schützen kann. Ja, der Souverän. Und hier jetzt sozusagen der Schutz versagt. Ja, der Schutz versagt. Und das ist ein Treueverhältnis. Das ist schon eine wichtige Frage. Das ist eine wichtige Frage. Für die damalige Zeit zumal. Und Sie haben ja auch sofort die Reaktion, die Sachsen hören das und fallen ins Land. Und das ist also Schlag auf Zug um Zug. Und für Karl den Großen ist das schwierig, eine heikle Situation. Denn ich bin nicht so sicher, dass seine Macht wirklich schon so gefestigt war, wie das in den nachträglich stilisierten Geschichtsbüchern aus seiner Zeit den Anschein hat. Und das war also 1978. Er war gerade zehn Jahre König. Da gibt es noch manch eine Stimme, die vielleicht nicht so ganz mit ihm einverstanden ist. Und er führt dann sofort einschneidende Reformen im Land durch. Und zwar gerade religiös geformte Reformen. Das heißt, um den Himmel auf sich herabzuholen, die Segnung der Kirche zu gewinnen, führt er Reformen durch, die vor allen Dingen kirchliche Ordnung schaffen, Witwen weisen und die Armen schützen und solche Dinge ins Leben rufen oder wieder aufrufen und verstärken. Und was Gleiches kann man nochmal ein Jahrzehnt später sehen, als es den Aufstand der Thüringer gegeben hat, um den, ja was war es, irgendein thüringischer Adliger namens Hartrat, der einen Aufstand mit Ziel, den König zu töten hatte. Da kommt, nachdem der Aufstand... Ein Hinterhalt oder was hat er gemacht? Nee, der hat eine Verschwörung angezettelt, noch ohne aktiv zu werden. Die wollten aktiv werden. Das Ganze ist vorher aufgeflogen. Und dennoch, Karl der Große spürt, da ist eine oppositionelle Stimmung, die muss ich kontern. Und er konntet sie abermals mit einer großen Reformschrift, das ist die sogenannte Admonitio Generalis, das ist eines der ganz großen Reformwerke Karls des Großen, die auch lange nach seiner Zeit, bis ins 10. Jahrhundert, weit immer wieder abgeschrieben wurde, darauf zurückgegriffen wurde, rezipiert wurde, daraus wurde zitiert. Und das ist also ein ganz maßgebliches Reformwerk, wo übrigens dann auch wieder am Schluss Hinweise auf die Bildung, was die Kleriker lesen, schreiben können und die Texte verstehen sollten, die sie bei der Messe zelebrieren und so weiter. Das sind also immer wieder Hinweise darauf, wenn eine kritische Situation überstanden war, dann kommen von Karl große Reformmaßnahmen. Das ist ein hochinteressanter Mechanismus geradezu. Und das gilt auch für die spätere Zeit. Nachdem er aus Italien zurück ist, kommen auch wieder große Reformaktionen im Reich. Als Gesetzgeber tritt er jetzt in Erscheinung, tritt es nicht so gewaltig, was er an neuen Gesetzen auf den Weg bringt. Aber es ist doch bemerkenswert, dass er das tut. Immer wieder, und nach dem Sturz 810, wie gesagt, setzt eine Flut von Erlassen ein, sogenannten Kapitularien, deren Ton immer religiöser wird. Immer kirchlicher gleichsam. Sodass man oben hat Sacerdotium, also Glauben und Imperium, vereinigt. Dann hat man die Wissenschaft als anderes Blatt. Als Stütze auch. Und auch als anderes Blatt der Lilie. Und dann Chevalerie, die exekutive Macht. Und die ist nicht nur militärisch, sondern das sind auch Grafen, Boten, Friedensschifter, Schiedsrichter. Ja, das ist jedenfalls Karls Intention, eine solche durchorganisierte Herrschaftsordnung zu hinterlassen. Und auch das geschieht mit Organen, die früher schon mal angedacht waren, aber noch nicht so perfekt durchgeführt. Und nach der Kaiserkrönung wird dieses Institut, der sogenannten Königsboten, der Gewaltboten, der Missi Dominici, im Frankenreich perfektioniert. Dann werden immer zwei Leute zusammengesetzt, ein Graf und ein Bischof. Manchmal auch ein Abstand, ein Bischof, sodass die geistliche und die weltliche Gewalt da ist. Und diese kriegen bestimmte Bezirke als Amtsbezirke. Sie kontrollieren sich auch gegenseitig, nicht? Sie können sich gegenseitig. Vier Augenprinzip. Ja, wahrscheinlich. Da haben wir keinen Bericht dazu, aber das ist durchaus möglich. Und sie kontrollieren aber vor allen Dingen im Land sowohl die Grafen in diesem Bezirk als auch die Bischöfe oder was sonst an Gewaltträgern in diesen Amtssprängel anzutreffen ist. Das ist schon ein Instrument, was in der Zeit Karls des Großen nützlich war. Später führt diese Territorialisierung zu Machtaneignung durch die Gewaltboten. Die werden dann nicht mehr vom König wirklich kontrolliert und können gar nicht mehr kontrolliert werden. Und die Königsmacht hüllt sich dann aus. Er aber hatte sie noch kontrolliert. Er konnte sie, er hat sie eingesetzt. Und der Sohn kann es kaum noch. Schon am Ende konnte es der Sohn nicht mehr.